In diesem Video beschäftigen wir uns mit drei SRTB-Aufgaben. Bei dieser Aufgabe haben wir eine lineare Funktion mit der Funktionsgleichung f von x gleich k mal x plus d und zwei Punkte p und q, durch die diese Funktion geht. Ich habe als erstes mal ein Koordinatensystem gezeichnet, also eine Skizze, um genauer zu sein, wo ich den Punkt p, also der wird irgendwo hier sein, und den Punkt q, der wird irgendwo hier sein, eingezeichnet habe. Durch diese zwei Punkte habe ich dann eine Gerade durchgelegt, da die Gerade f von x gleich k mal x plus d ja durch diese beiden Punkte verläuft. Meine erste Frage an euch ist jetzt, welche Aufgabenstellung könnte diese Aufgabe haben? Drück dazu auf Pause und versuche dir eine mögliche Aufgabenstellung zu überlegen. Mögliche Aufgabenstellungen wären jetzt, ermittle k, also die steigen, ermittle d, also wo die Funktionsgleichung die y-Achse schneidet, oder auch ermittle die Funktionsgleichung und viele weitere Möglichkeiten gibt es da. Wir haben jetzt als Aufgabenstellung den Wert k zu ermitteln. In den vorigen Videos haben wir ja gelernt, wie wir eine Steigung ermitteln können, nämlich durch den Differenzenquotienten. Also k gleich Delta y zu Delta x, wobei hier wichtig ist, dass Delta y und Delta x gerichtete Größen sind. Ich habe hier das Steigungstreieck mal für euch eingezeichnet. Das heißt, wir haben oben Delta x und dann nach unten gehend Delta y. Wenn wir jetzt Delta y und Delta x ermitteln wollen, können wir das natürlich, wie in den vorgehenden Videos auch, durch yb minus ya dividiert durch xb minus xa. Also, wir nehmen den y-Wert des Punktes q, also des rechten Punktes, subtrahieren davon den y-Wert des Punktes p. Und im Nenner des Bruches haben wir den x-Wert des rechten Punktes, also den x-Wert des Punktes q, minus den x-Wert des Punktes p. Da kommt dann raus, minus 15 Dreißigstel, also minus 0,5. Die Bonusaufgabe ist jetzt, ob ihr den Wert d ermitteln könnt und die entsprechende Funktionsgleichung aufstellen könnt. Ich habe dazu für euch ein GeoGebri-Eblätter gestellt, wo ich die Punkte a und b eingezeichnet habe, eine Gerade durch diese durchgelegt habe und die Gleichung der Gerade lautet jetzt y bzw. f und x ist gleich minus 0,5x plus 15, somit haben wir ein d von 15. Kommen wir nun zur zweiten Aufgabe, die hat die Aufgaben Nr. 1, AnnaLine 257. Ich zoome noch ein bisschen hinein. Hier handelt es sich um die Abbildung eines Graphen zur Berechnung eines Handy-Tarifes und wir sollen ermitteln, wie viel wir pro Minute zahlen müssen, wenn wir über die 500 inkludierten Minuten drüber sind. Das bedeutet, wir haben einen Handy-Vertrag, wo 500 Minuten im Vertrag dabei sind. Das heißt, wir können 500 Minuten telefonieren und wir zahlen einfach nur die abgemachten 10 Euro. Wenn wir jetzt über diese 500 Minuten drüber sind, dann muss man ja einen gewissen Betrag, pro Minute, die man drüber ist, zusätzlich zahlen. Und das bezeichnen wir mit k Euro. Also pro Minute zahlen wir k Euro, die wir drüber sind. Ich habe die Funktion, um die es sich handelt, nochmal hervorgehoben. Das heißt, wir betrachten jetzt diese gelb hervorgehobene lineare Funktion und der horizontale Strich davor, der interessiert uns jetzt nicht, da es sich dabei um den abgeschlossenen Handy-Tarif handelt. Das heißt, wenn wir jetzt über die 500 Minuten drüber sind, dann zahlen wir für eine Minute drüber, k Euro und wenn wir zwei Minuten drüber sind, dann zahlen wir zweimal k Euro. Daher handelt es sich auch um eine lineare Funktion. Und eine lineare Funktion hat ja folgende Funktionsgleichung f von x gleich k mal x plus d und wir wollen, uns interessiert jetzt das k dieser Funktionsgleichung. Und wie immer können wir uns das k durch den Differenzenquotienten ermitteln, aber dazu, dass wir den richtig aufstellen können, benötigen wir mal zwei Punkte. Und die zwei Punkte habe ich mal in die Skizze eingezeichnet. Einmal den Punkt a und jetzt an den Punkt b und auch gleich das Steigungstreieck. Beim Steigungstreieck haben wir wieder Delta x und Delta y. Das sind wieder beides gerichtete Größen. Wenn wir uns jetzt den Punkt a ansehen, stellen wir fest, dass er die Koordinaten 510 hat und der Punkt b 740. Wichtig, ihr solltet jetzt nur Punkte auswählen, die ihr genau ablesen könnt. Berechnen wir jetzt k, also unseren Anstieg, beziehungsweise unseren Preis, den wir pro Gesprächsminute zahlen müssen. Wir haben k gleich Delta y zu Delta x. Delta y können wir durch yb minus ya ermitteln und Delta x durch xb minus xa. Das heißt, wir haben den Funktionswert des rechten Punktes, also des Punktes b minus den Funktionswert des linken Punktes, also des Punktes a. Somit 40 minus 10 und im Nenner steht der x-Wert des rechten Punktes minus den x-Wert des linken Punktes, also 700 minus 500. Und da kommt dann raus 0,15. Somit müssten wir pro Gesprächsminute, die wir über den 500 inkludierten Minuten drüber sind, 0,15 Euro zahlen oder eben 15 Cent zahlen. Kommen wir zur dritten Aufgabe. Hier haben wir eine lineare Funktion mit der Funktionsgleichung f von x gleich 4x minus 2 gegeben. Wir sollen jetzt zwei Argumente, x1 und x2, auswählen und zeigen, dass die Differenz von denen ihren Funktionswerten gleich der Steigung ist. Unterstreichen wir uns das gleich. Das heißt, wir sollen zeigen, dass die Differenz von f von x2 minus f von x1 gleich der Steigung k ist. Dann wählen wir mal ein erstes Argument. Wählen wir für x1 gleich 1. x2 können wir jetzt nicht auswählen, da x2 mit einer Bedingung versehen ist, nämlich x2 soll gleich x1 plus 1 sein. Somit ist x2 gleich 2. k können wir aus der Funktionsgleichung entnehmen, somit ist k gleich 4. Am besten du drückst jetzt auf Pause und versuchst das Beispiel selbst zu lösen. Wir sollen jetzt zeigen, dass f von x2 minus f von x1 gleich k ist. Und da wir schon zwei Argumente gewählt haben, verwenden wir jetzt f von 2 minus f von 1. Wenn wir jetzt die Stelle 2 und die Stelle 1 in der Funktionsgleichung auswerten, erhalten wir 4 mal 2 minus 2 minus, und jetzt ist die Klammer sehr wichtig, da wir sonst ein Vorzeichenfehler haben. Also Klammer 4 mal 1 minus 2 Klammer zu. Ist gleich das ausgerechnet 8 minus 2 minus 2 und das ist 4. Aber 4 war ja auch genau unsere Steigung k. Also haben wir das Beispiel gelöst. Ich hoffe, ihr habt durch die letzten drei Aufgaben viel lernen können und bis zum nächsten Mal.